Aber scheiße doch nicht. Okay. Komm rein. Na, ist klar. Komm, lass mich mal fliegen lieber. Achso. Achso, warte kurz. So, jetzt, ich fliege. Lass mich lieber. Du fliegst immer ein bisschen krass. Ja. Ey, vielleicht wollte wir woanders gehen, weil wir haben voll wenig Spieler im... Immer noch? Ja. Ja. Wir haben nicht mal die Hälfte. Ja, wir haben nicht mal die Hälfte, weißt du? Ja, komm lass noch B schnell einnehmen. Na gut. Alter. Oh shit. Ja, dann lass rausgehen. Jo. So, ich geh raus. Ja. Ich muss gleich wieder Boost aktivieren. Ich vergesse das immer. Stimmt ja. Mach du mal ein Dings auf und such mal ein Spiel. Okay. Oh, jetzt bin ich auf Testgeländer auf der Seine gegangen. Scheiße. Fuck. Muss nochmal raus, ey. Ah, Mann, da geh ich einfach laufen am Sonntag. Das ist so lächerlich. Ey, das kann nur echt nicht sein, Mann. Ich habe jeden Tag was in der Winterpause gemacht. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber wirklich jeden Tag, ne? Ja, und jetzt? Ja, jetzt haben wir kein Training am Sonntag. Ja, jetzt haben wir kein Training am Sonntag. Ich bin drinne. Mhm. Machst du. Alles klar. Dann gucken wir mal. Oh, ich hasse das, dass sie immer so viele Bilder schicken, ne? In diese Gruppen. Und bin mal so richtig viel Scheiße. Mhm. Ja. Das ist Scheiße. So. Hast du was gesucht? Sprint schon wieder? Mhm. Ja, ist schon wieder. Ich hab ja gar nicht genug gehabt. Ist schon geil eigentlich die Map, aber... Ey, guck mal auf die Map, guck mal auf die Map. Von Only Soft American Players. Ach, ja. Boah, ich hab grad mal einen Schlicker. Volk. Joah. Volk. Joah. Ach, du Scheiße. 3200 Punkte ey. 3200 ja ja man das wird aber heftig lange dauern und die zeit ist auch unbekannt ich habe zwei erwischt alter machen wir mal boost rein aber auch angemacht ja ich hab noch an oder so jetzt habe ich an das sind südamerikanische spieler ja ja ich bin ganz entspannt hier ja da wo die leute sind das hängt aber irgendwie ein bisschen bei mir oh shit oh shit der eine hat diesen roboter hier ja diesen kleinen mini roboter der so halt rumläuft hier immer scheiß besser kenne ich gar nicht gehst du nicht er hat ja gar so schießen ne so kleiner wichser alter ist einfach hier reingekommen kenne ich kann nicht die Ich hab ihn gekühlt. Einfach Granatwerfen und ich hab ihn gekühlt. Okay, jetzt ist das Spiel bisschen leiser. Alle campen hier. Oh shit! Der hat jetzt... Ihr habt es gesehen, ey, richtig witzig. Voll auf Nuss mit Raketenwerfer. Der hat sich aber genau getroffen, ne? Ja, ohne Scheiß, ne? Ich geh so, ich will so jetzt erstmal ein paar Käse machen und dann hat er mich erwischt. Wo bist du, Brolin? Ich glaub, die kommen gleich durch, die Gegner. Sorry, ich hab nur kurz geguckt, jetzt gerade vom Training, weißt du? Weißt du, bist da ein bisschen leise? Ja, vielleicht gehen wir in den Zuckerpark oder sowas halt. Ja. Alter. Da muss ich ja kurz hier kämpfen. Das ist ja mal richtig übertrieben, ne? Ja, aber. Ich glaub, die kommen jetzt so langsam durch. Ja. Wie gesagt, sind alle platt von uns. Ja, ich sag ja, einer war schon gut. Ups. Du bist so ein Roboter, alter. Was ist das denn? Ja, ja, sag ich doch. Du kommst so um die Ecke gefahren. Schon so ein scheiß Pisser, ey. Ich wollte kurz was aufs Handy gucken. Oder passiert sowas, ey? Die kommen jetzt von hinten gerade. Ja. Da ist schon wieder ein Roboter. Was kann der denn? Kann der schießen? Ja. Alter Schwede. Hier sind voll viele jetzt. Gegner bei B. Ja, ich bin gestorben. Der Roboter hat mich abgelenkt. Ich hab die eigentlich alle platt machen können. Ich will diesen Roboter zerstören. Ja. Die machen uns platt gerade. Aber es sind schon voll viele. Komm, 300 Punkte sind schon weg. Oh, da waren gerade richtig für die Gegner. Ja. Alter Schwede, was geht hier ab, Mann? Alter. Ja, klar, Alter. Mann, 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 Mann. Junge, Junge, Junge. Gehen die ab, Mann. Ja. Guck mal, wie viel die von uns schon angenommen haben. Ja, ist so. Das kann echt schnell laufen, du. Die sind echt krass, Mann. Oh, shit, Alter. Alter, du hast gar kein Gegner, Alter. Du hast gar kein Gegner, Alter. Alter, die machen uns richtig platt. Aber wie kriegt man diesen kleinen Panzer überhaupt? Diesen Roboter? Pff, schwer zu sagen. Du musst irgendwie eine Serie, oder? So, ich habe mich da. Nee, ich denke, du kannst nicht irgendwie, weiß es nicht, vielleicht irgendwie dein Pack einfach haben, weißt du? Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, klar, Mann. Alter Schwede. auch mal zu e wenn du so bist bei mir zu e naja ok ich nehme das gerade ein weiß aber hier ist irgendwo einer ich weiß nicht wo der ist ja ich höre ihn nur alter schwede ja da kommen wir rein wir haben die wand kaputt geschossen ja die sind voll krass dich du hast dieses voll krass man richtig gut alter wo acht da war er hat mich mit granatwerfer dem et al sie sind nicht ich bin so darauf gegangen also führe mich mein führer wo bist du ja das ist krass wenn du da rein gehst da fettst du uns ja voll die ganze no risk no fun digger jetzt lass uns hier links jetzt rein da sind wir schon alter ach da war einer von links damit vorsicht marcel warte vielleicht auf mich ja ich bin schon tot man sie sind so gut ne ekelhaft mann guck mal den ihre stats an so 7 21 18 18 zu 6 der mal zu krass die typen und bin ich denn sehr gut was soll das so eine in den tunnel ja jawohl zwei eliminiert oder was ich kann nicht reingucken das ist so dunkel weiter junge ohne scheiß das kann doch nicht sein mann 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 ja 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 da war für uns hast du die ich habe wieder gemessen hat ausversehen ist noch oder die zeit ab ja ich warte ich war die hatte alles gut ist immer dieses messern außersehen ja ich habe mich aber was kurz geguckt ich bin direkt die kommen auch von draußen gerade da ist einer oben auf dem berg ja erst mal eine granate dass die die wurde gerade aber geil geworfen alter das ist ja voll komisch aus ich verstehe das ich verstehe das nicht ich verstehe das wirklich nicht ja irgendwie weiß ich nicht die haben echt ein glück alter auf einmal kommt vor mir so also so weißt du es auf surprise wo ich hingehen soll ich weiß ich weiß wirklich nicht ich gehe auch richtig viele ich habe wieder warum ist er immer ich verstehe das das ist so empfindlich bei diesem playstation controller ja ist so ne ohne scheiß oh shit alter wo wir nicht denn gespawnt und direkt tot 16 leben noch alter von mir schießen von mir schießen mit granaten werfen wir sind ja mal so gut alter schwere die medaille ja man schon knapp 1000 punkte weg die sind aber auch einfach überall so ne ja und die haben echt viel glück alter also ich habe ich traue mich überhaupt nicht da raus zu gehen oder was sind hier welche tatsächlich alter alter das kann nicht sein du musst irgendwie richtig gut kämpfen können ey ja du brauchst nicht auf dem platz wo du alle abknallen kannst die sind schon gut trainiert alter hier ohne scheiß und das ist südkorea das heißt also nicht südamerika südamerika tschuldigung von daher dass bei denen ist noch der tag und das heißt sie sind noch wach als wir guck mal du hast keine chance ne du hast einfach keine chance gegen die ich schieße auf die und ich bin so schnell tot ne das ist so krass alter steht das so viele jetzt junge der schieß auf mich paar mal und bin ich tu ich bin tot und ich schieße auf wie verrückter man das kann auch sein das ist ja voller wachstund hier alter master wg raus ja weil das das macht keinen sinn wir kommen ja nicht mal mehr raus da hinten wir konnten nicht mal ein ding einnehmen gar nicht man konnte nicht über außen einmal lang laufen und von hinten ein ding einnehmen weil da auch welche waren ja es lebt vor lange beim rausgehen jetzt hast du es gerade meine gruppe bei fußball das ist ach man ich verstehe das einfach nicht wenn die einfach keinen bock aufzustehen haben dann sollen sich abmelden ja ich verstehe das auch nicht das nervt manchmal ne ich mach mal neue squad aber das ist immer das aber das ist immer so ne man kann sich auf die verlassen und dann ich hatte nie den eintritt dass ich mich auf diese mannschaft verlassen kann also zumindest beim einigen ich will am besten in eine mannschaft gehen die höher spielt weil dann hast du dann glaube ich auch den verlassen weil wir alle ein bisschen ehrgeiziger sind und motivierter ja das hast du auch bei den zweiten kreisgarten hast du das auch schon ne zum beispiel norten lente die waren noch vor zwei jahren ich kann dir sagen letztens so haben die haben wir noch gegen die locker geworden ne 3 1 haben wir die gewonnen und dann 2 2 gemacht und dieses jahr alter das ist so eine motivierte truppe ne die sind vielleicht doch nicht so geil aber als team stehen die immer richtig gut zueinander und dieses jahr sind die viel höher als letztes jahr ne wir mit mental her bekommen dass man das boot gehen wii wiii wiii